Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Technical Infinity. Heute der mit dabei ist hier am Ende Loxion. Hi. Und der Zölzi. Guten Tag. Ja, Moment, ich muss eigentlich noch ganz kurz sagen, dass ich eine Stunde, eine halbe Stunde noch gefarmt habe, ein paar Blumen eingesammelt habe und da hinten zwei Villager-Festungen gefunden habe. Genau, und ich war noch ein bisschen zwischendurch online und habe geguckt, dass hier alles reibungslos läuft, weil ich Angst hatte, dass die Kisten überlaufen. Man sieht, wir haben ein bisschen Koppel und der Quarry ist jetzt endlich fertig. Ja, also der hat zwar Lava und alles, aber der arbeitet nichts mehr. Da unten sieht man den Bedrock, um den werden wir uns heute auch noch kümmern. Du willst den Bedrock abbauen? Ja, den Bedrock alles. Dann bauen wir uns ein Bedrock-Haus. Und wie man wahrscheinlich bei mir aussieht, hat sich einiges getan seit dem letzten Mal und heute wird wahrscheinlich das Haus bei mir gebaut. Gucken wir nochmal. Jenny hat jetzt ein Dach. Achso, ja. Damit es bei Ali sehen. Bei Lox wollte es unbedingt vorher schon anschauen. Ja, ich bin neugierig. Mal kurz bei Frame rein und schau, ob er innen... Okay, wirklich viel hat sich innen jetzt nicht mehr verändert. Schaut sich voll schick aus. Moment mal, Frame hat... Oh Gott, Frame hat ne Portalgun. Echt jetzt? Der hat ein Portal hier bei sich an der Wand. Och, Manu. Ich war grad kurz versucht, da durchzuspringen. Weiß nicht, soll ne? Das ist halt Out-Schüssel. Ah, ne, geht nicht. Weil das zweite fehlt. Anscheinend... Ja, stimmt. Sonst wäre es ja schwarz. Die Innenfläche eben nicht so... Ja, manchmal ist es auch so... Sieht es auch so komisch aus, wenn der Hintergrund nicht richtig lädt. Hey, Karten, wohnst du in der S-Bahn? Man macht die Tür zu, wenn man rausgeht. Ja, ich wohne an der S-Bahn aus der Gegend. Was ist das gegen meinen Wohnort? Jetzt schauen wir uns mal den Rest an. Genau. Jenny hat hier eine kleine Schaffarm gebaut. Stimmt, der hat sie erzählt. Das war ja Aufgabe, das ist ja so die inoffizielle Aufgabe von Stefan, von Witz. Hier steht's. Baut eine Tierfarm mit Hühn, Schafen, Kühen und Schweinen für alle. Ja, die Schafe haben's geschafft, du resten nicht. So, und hier haben wir gerade erfahren, dass Hertha-Arze und... Wer war das noch? Genau, Kusch. TV-Kusch, die plätten ihre Grundstücke gerade hier, das ist blöd. Schaut aber eher nach Hand aus, oder? Hand gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann gut sein. Frag mich halt nur, wo Kusch sein Zeug lagert, weil es sind keine Kisten, gar nichts. Vielleicht, also die spielen ja eh zusammen, die beiden. Vielleicht ist es an den Küsten drin. Ja. Aber was hat sich hier noch getan? Oh Gott, da drüben ist eine riesige weiße Kuppel. Ach, da ist der... Ach, ein Bildersding. Der Helper, ja. Okay. Wollen wir eine Kuppel bauen? Ja, das wird wahrscheinlich unser Haus. Also von mir und Patrick. Ach stimmt, du spielst ja mit ihm zusammen. Stimmt, da war was. Schick, schick. Was sind das für Blöcke? Das sind geschüsselte... Das ist ein Koppel, oder? Oder geschüsselter Stein. An das Titel. Das ist... Ach, okay. Schick, schick. Ach so, und du baust dem jetzt nach, natürlich, gell? Ja. Wer das nicht kennt, das ist von Open Blocks, das ist dieser Block hier. Dieser Builder. Damit kann man sich so Formen anzeigen lassen, vorzeigen lassen. Kann man dann hier mit Links- und Rechtsklick auf die Seiten vergrößern, verkleinern, verschieben. Ja, wenn du es zeigen willst, kannst du oben noch bei dem hier zeigen. Hier oben habe ich nochmal einen. Nochmal einen. Ich glaube, den habe ich auf der Dyn-Map sogar gesehen. Ah ja, hier, genau. Kann man jetzt hier zum Beispiel hier draufklicken und dann verändert sich das. Und wenn man Shift und dann rechtsklickt, kann man noch die Form ändern. Genau, da gibt es dann Viereck, Kugel, Triangel, Pentagon. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, okay. Äh, kann man hier irgendwo kurz hoch, damit man das von oben sieht? Dachte ich mir auch gerade, ähm. Äh, genau, mach nochmal. Moment. So. Ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Formen gibt. Das ist der Zylinder. Okay. Das schaut auch ein Würfel aus. So. Triangel. Pentagon. Ja, das sieht ja ekelhaft aus. Hexagon. Und Oktagon. Das Oktagon erkennt man gar nicht mehr, finde ich. Ne, das ist... Da müsstest du es, glaube ich, größer machen. Oder viel, viel größer, dann siehst du es. Oder kleiner. Oder kleiner, genau. Ja, okay. Das schaut aus wie ein... Quadrat. Jetzt wahrscheinlich. So, so sieht man es noch, ja. Ah, ja. Im Groben. Ne, also das Teil ist eigentlich ganz cool, weil man dann halt mit diesen Blöcken, äh... schön bauen kann. Zum Beispiel so in einem Dom. Was ich aber noch finde, was fehlt, dass man mit diesem, ähm, Stab von, was war es noch, Blocks oder was war es? Also in Billingswand. Das ist ein Billingswand, der es nachbauen kann. Das wäre doch eine Idee, dass du praktisch einfach nur die Items im Inventar hast und dann... Baut sich selber auf, dass du... Ja. Das würde aber auch dazu passen. Aber geht das nicht so recht? Aber ich glaube... Ne, das geht nicht. Weil ich glaube, dann würden das wahrscheinlich auch viel mehr Leute verwenden. Würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Wir haben ja am Anfang bei der Newtepad auch das Teil gezogen für den Kreis, gell? Ja, aber ich dachte so, da hat doch die Wollblöcke direkt eingefügt. Wir hatten doch einen riesigen roten Wollwürfel. Ja, den... Den Würfel, das, äh, geht im Creative dann. Achso, weil... Achso, ja, stimmt, sie war im Creative. Da musst du dann, äh, im Creative mit dem Block, aus dem das sein soll, äh, draufklicken und dann wird das praktisch... Hä, ist da drin? Sicher, dass es bloß im Creative geht? Erst Opsi drüber. Ja. Gut. Sicher sind wir uns nicht. Also, ähm, heute ist geplant. Wir machen jetzt mal ganz kurz die Water-Sources weg. Achso, ja, Entschuldigung, ich komm zurück. Äh, warte, ich mach noch schnell Dinge ins Leitern. Äh, ein bisschen Holz hab ich noch. Das hab ich auch noch. Dann lass ich mir noch ein bisschen Wolle durch den... ...Wackmel laufen. Machen wir die Hälfte. Und ich brauch noch ein paar Schickis. Bist du an der Arbeit? Wo wohnet ihr eigentlich mal? Dann komm ich euch auch mal besuchen. Ähm, die Straße entlang und dann an der Kreuzung rechts. Okay. Das ist in den südlichen Weg runter. Ja, ja, mein Minecraft will wieder abstürzen. Das ist schlecht. Echt? Ja, das ist... Das spinnt manchmal. Ich muss den Klient 3, 4, 5 Mal neu starten, dass der, äh, Ruhe gibt. Ah, ihr wohnt hier. Och. Gott. Bietet ihr ihn an? Gar nichts. Nee, wir bieten doch gar nichts an. Geizig. Du machst Botan, ja? Ich mach Botan, ja. Könnten wir in der nächsten Nacht kurz schlafen gehen? Können wir... Es könnte blitzig werden, weil es leckt hier unten. Die Hölle. Warum das? Ich weiß nicht, ich glaube wegen dem Wasser. Ich hab grad extrem... Wie gefragt, braucht ihr einen Schwamm? Ja, eigentlich sind das ja Water-Sources. Das heißt, wenn wir die Source wegschlagen oder zubauen, dann sollte sich der erst eigentlich auflösen. Eigentlich schon. Weißt du, ne Frage? Braucht ihr die Ohr-Baby-Basches, die da unten sind? Boah, leck. Boah, ja, hab ich auch grad. Ich komm grad gar nicht klar. Und hier ist ein Baby-Zombie, der hat mich verprügelt. Schlag zurück. Ich seh's ja nicht mehr. Ich hör's bloß. Ich muss hier weg. Guck mal, auch mal... Mal gucken. Ach, du Scheiße. Und mein Telefon klingelt, Scheiße. Ähm. Fuck, ich muss hier weg. Du siehst gleich komisch aus hier. Boah, ey. Was ist das? Ist das krank. Ich lass hier mal kurz ne Leiter runter. Wo bin ich hier? Ich will nicht in die Lauer da springen. Geronimo! Oh Gott. Ah, hi. Auch schon unten. Boah, leck. Ja, schon. Okay, gut. Ich hab immer noch meine 40er-Face grade. Bei mir sind's jetzt ganze zwei. Bei mir ist so gefühlt einer. Weißt du, das soll man nicht übertreiben, oder? Warte, wie viel hab ich offiziell? Einen. Tatsache. Original, einen. Jetzt muss ich ganz schnell irgendwo einen festen Block aussuchen. Hast du's weggemacht? Neeein. Neeein. Boah, lecker. Okay. Nein, sowas würdest du nie tun. Ich glaub, ich warte, bis das Wasser da weg ist. Ah nein, hier ist auch noch nirschuess. Hast du's schon weggemacht? Es dürfte weg sein. Die zwei Quellen hab ich grad weggemacht. Wow, 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 okay. Hier passieren grad komische Sachen. Ich warte einfach ab. Mal nochmal die Frage. Braucht ihr die Ohrbaby-Wasches dort? Eigentlich nicht. Kannst du's eigentlich haben. Geil. Habt ihr welche irgendwo noch in den Kisten hier? Ich brauch, glaub nicht. Oh, jetzt hab ich auch nur noch 10 FPS. Super. Weil jetzt ja das ganze Wasser sich hier bewegt. Okay. Ich hab echt Angst, die Leertaste loszulassen, weil ich weiß, ob ich das ertrinke oder nicht. Ich hab mich grad noch so in die Schluchter hier retten können. Oh Gott, wo bin ich? Ich bin grad nur wand. Creeper, explodier, bitte. Danke, ich bin draußen. Ach so, Telefon-Creeper. Ja. Garden, rette mich. Ich versuch mich grad selber zu retten, Verlauchte. Ich bin unter dir. Nein. Jeder ist dein eigener Mann. Ich hab keine Ahnung, wo ich... Oh Gott. Ich will doch bloß weg hier. Uh, das war knapp hier hoch. Wo bin ich? Warte, hier war doch irgendwo eine Leiter, oder? Da ist die Rope-Letter. Ist denn es auch noch regnet draußen? Also ich hab dir hier noch ein paar Rope-Kalmes gebaut. Ich kann mich nicht bewegen, es ist grad so übel. Deswegen hast du normale Queries, die Wasserlöcher die mit Wasser vollgefüllt sind. Ja, aber es ist besser, weil du dann Obstik kriegst. Richtig. Lockslebt, okay. Ja, ich muss mal kurz in der Connection. Du flüchtest einfach. Ja. Frechheit. Ich glaub, ich verpiss mich mal von hier. Ich will meine FPS wiederhaben. Ich auch, oh Gott. Nein, ich treff die Leiter nicht. Scheiße. Oh Gott. Weißt du, mein Haus gerade im Moment lieber. Ich glaub, ich disconnecte auch mal ganz kurz, das ist schrecklich. Ah, es wurde besser. Okay, gut. Dann hab ich jetzt noch Hoffnungen für mich. Und zwar bloß ein Wort ist so das Block. Oh Gott. Oh Gott. Also ich freu mich schon, wenn Patrick irgendwann bald wieder aufnimmt und dann sieht, dass einfach eine riesige weiße Kuppel in unserem Garten steht. Ah ja, der FPS wird ein bisschen besser mit dem Mew Connect. Ist richtig. Oh Gott sei Dank, ich komm hier raus. Aber wird's weniger? Ich glaube, anscheinend ist da hinten noch ein soes Block. Ach nein. Ich geh da nicht nochmal runter. Das ist die Hölle. Und da ist auch noch irgendwo einer. Ernsthaft, mein ich schon mal ganz kurz. Da drüben wird's weniger, ist richtig. Aber ich seh gar nicht bis kurz hinter. Okay, ich glaub, das war ziemlich ungeschickt, denn ich hab von mir geplant, das Haus. Söber mal, ich hab hier ne Leiter. Ich geh mal zu dem da drüben. Es geht durch mein halbes Equipment von Maschinen. Hm. Ungünstig. Ah ja, genau. Hier ist ein SOS-Block. FPS, ich vermisse euch. Gib ne Vermisstenanzeige auf. Ja, am besten. Okay. Oh Gott. Hier fällt das Wasser jetzt. Wow. Kann sein, dass da drüben noch SOS-Block ist? Dort, wo der kleine, der kleines Opsi-Loch ist? Ich seh's grad nicht ganz, weil... Ah, jetzt fällt das Wasser richtig. Ich seh's auch noch, also es ist weg. Da hinten ist noch ein SOS-Block. Also einer ist, glaub ich, nach da. Warte. Gott. Ich schwimme! Muss in den Strom schwimmen. Gott. Wenn man mal so bedenkt, dann ist eigentlich so ein Minecraft- Minecraft-Char so richtig stark, ne? Überdenkt, was ich jetzt hier alles gerade in meinem Inventar dabei hab. Steine, unten einen Wagen und eine Stahl-Axe. Das hast du nicht gesehen. Oder trag einfach mal ein ganzes Inventar voll OP-Goldäpfel. Ja, zum Beispiel. Hast du ausgerechnet, ist es minimal wenig Gewicht. So, hier genau hier ist. Jetzt hätt ich gerne einen Angel-Block. Also ich glaub, Creeper mögen mich gerade. Weil Creeper direkt einmal im Haus explodiert. Muss ich mich hier schnell an der Wand entlang bauen. Durch den Mann, du hast mehr FPS als ich, dann mach du los. Ja, ja, ich kann. Gott, weil ich hab gerade schon wieder Dio-Show. Du bist flüssig. Du bist ja auch im Wasser. Gut, ich entschwinde mal der Dio-Show hier. So, das Block ist weg und das Wasser fällt. Oh Gott. Ich glaub ich... Das sah komisch aus. Ich empfehle mich mal kurz von diesem Ort. Puch. Wie sich die Hälfte halt mal gar nicht aktualisiert. Oh Gott. Man sieht ganz... Oh, jetzt. Ich deserleite nochmal. Hat eigentlich einer von euch einen Timer gestartet? Ja. Wir haben nebenbei Mitlauf. Gut. Sind bei 15,5, wenn es dich interessiert. Okay. Jetzt ist grad totally strange hier. Schaut komisch aus. Ach Gott, ist schon viel besser. Geht er nicht mehr runter. Ach, Karten, komm doch noch. Nein, nein. Ich werde nie wieder runter gehen, solange das Wasser dort ist. Da ist kein Wasser mehr. Ich glaub dir irgendwie nicht. Fließt das jetzt ab oder nicht? Was gibt es sonst so für schöne Baublöcke? Amundi... Gibt ganz viel tolles Schüsselzeug. Ja. Finde ich ganz viel toll. Carpenters mit Carpenters kannst du auch viel machen. Habe ich vielleicht auch noch vor, damit irgendwas zu machen. Oh, man kann Limestone-Schüssel nehmen. Bisschen weiß. Limestone ist doch einer der unnützten Blöcke überhaupt, oder? Ja. Okay, also das Wasser fließt anscheinend ab. Gott. Äh, wie komm ich jetzt hier wieder rauf? Über die Leiter. Westen... Westen baue ich mich jetzt hier mal. Also, was ich auf jeden Fall machen muss, ist ein Fehler in unserem Quarry-Loch anbringen. Ich hatte nämlich vorher, wo ich mal das Haus geplant habe, zweimal so einen Teleport-Creeper runtertippelt. Hm, was gibt's da Schönes? Ja gut, ihr seid ziemlich weit draußen da, bei euch. Ja. Spawn schon wieder, Bobs. Besser ist das Problem. Gut, dann werde ich jetzt hier mal kurz den Quarry demontieren. Lange ich noch FPS habe. Äh, Kaden, im Grunde kannst du den Endertank mitnehmen, wenn du magst. Deine Blumen oben. Aus. Okay. Okay. Gleich. Ich warte noch auf meinen Terras-Deal. Mal gucken, was... Mal gucken, was... Mal gucken, was probieren. Der Quarry, die spawnt jetzt auch langsam, also der Rahmen scheint wirklich noch alles abzufließen. Nein, da ist noch ein Source-Block! So. Okay, ich bin glücklich, ich hab mein Schwert. Das kann Strahlen schießen. Äh, wie das ist, Excalibur? Ja. Bloß halt keine, ähm, verfolgenden Strahlen. Ja. Die gehen halt wirklich bloß geradeaus. So, gut. So, äh, ich spring nochmal in die Tiefen. Ich wollte jetzt schon fast nochmal zu dir runterspringen. Oh, ja! Ja, du kannst den Tank holen, wenn du magst. Ach, stimmt. Den Tank holen. Noch? Den Endertank meintest du, oder? Ja, den Endertank. Die Open-Block-Tanks kannst du mir noch lassen. Okay. Weil ich ja noch ein bisschen La- Boah, ein bisschen Laber für den Filler brauch. Dann wird's hier auf der Ebene... Ah, auf der Ebene oder auf der Ebene das Fenster einzogen. Muss doch noch überlegen. Wo ich schon wieder merke, die Folge ist fast zu Ende oder nix geschafft. Ja, das ist 15 Minuten. Gehen's so schnell vorbei oder um noch 20. Wie stell ich denn das Ding jetzt hin? Wie stell's mal da hin? So, Wasser, könntest du jetzt bitte das los abfließen? Stimmt, das hab ich... Die Kiste von Frame hab ich noch gar nicht angeschaut. Was uns da hingestellt hat. Stimmt, ich hatte, ähm... Das, was der Quarry abgebaut hat an Bienen. Okay. Es gab ja so Rocky Beasts. Das hab ich im Frame rübergestellt. So als kleines Geschenk. Danke, Frame. Und er hat uns im Gegenzug... Das hier gegeben. ...weil er unsere Schmelze so süß fand. Boah, merk. Er hat uns hier eine Kiste hingestellt. Da mir eure Smeltery Light tut. Frame. Er hat uns das hier hingestellt. Gut, dann müssen wir die mal größer machen. Ja gut, aber die wird ja dann eh abgebaut. Ja, und woanders hingesetzt. Dann kann man aber das von Frame dann benutzen für die größere Schmelze. Gibt mir nochmal ein bisschen Koppel, bitte. Gibt mir echt gerade, ob ich den Boden aus Obsidian machen soll. Hm. Ja, aber dann geschüsselt. Ja. Aber das waren leider die falschen Obsidian-Blöcke. Okay. Jen hat gesagt, wir dürfen ihren Enchanting-Table verwenden. Ich glaube, das werde ich mal kurz benutzen. Oh, cool. Oh, das hier... Ah, hier sind auch noch Morsors-Blöcke. Was soll denn der Scheiß? Hm, nice. Wir müssen die Folge aber jetzt dann gleich beenden. Wir sind bei 21.5. Oh. 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 Es sah gerade so aus, als würde ich ins Nichts fallen, weil da das Wasser plötzlich verschwunden wird. Oh. Wolltest du das auf die nächste Folge verschieben, ins Nichts fallen? Ich schwimme schon, ich schwimme schon. Äh, wir können kurz Folge beenden. Ich länge eh. Okay, dann danke fürs Dabeisein, schaut bei den anderen vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.